Uff, dieser Soundsturm. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum Part 104, glaube ich. Und momentan ist das los. Ungefähr 4 Igen, 20 Eisen und ungefähr 5 Syrten. Und das tut sich so eisern, dass wir eigentlich immer involviert werden. Und deshalb momentan nicht viel machbar ist, weil ich auch immer von ein paar Syrten, die herumstehen, angegriffen werde. Da hat mich einer, der Ich Kill Dich heißt, hat mich angegriffen. Ich habe ein bisschen geklatscht und ein bisschen gedeutet und verbeugt. Und da hat er mich in Ruhe gelassen, kam eine Hexe dazu, der ich den Namen nicht mehr weiß. Und der Hexe hat mich dann mit Himmels, nein, Golem Faust, genau, mit Golem Faust hat er mich dann gekillt. Und bin da halt auch gestorben. Schade, ich Kill Dich hätte mich, einer mich in Frieden gelassen wahrscheinlich, weil er mich vielleicht auch kennt über YouTube. Aber es geht halt nicht, wenn er noch ein zweiter da zukommt und er mich dann küllt. Was, dann wird es ja endlich was mit echter Inva bei so vielen Eisen und ein N hinten dran. Okay. Jetzt frage ich mich, was ich machen soll. Ich glaube, ich weiß, was ich machen soll. Und das ist, nämlich, ich gehe nach Alsen, also ins Alsenreich. Also nicht rein, sondern außerhalb der Mauer. Schau mal dort, wo, ähm... Ist er keine Inva, oder? Nö. Ich schau mal dort, ob wir Gegner haben. Ähm, sonst gehen wir zu den Frost Golems ganz im Norden, hinter, ähm, Imperiakessel. Aber, das ist eigentlich eine gute Idee, wenn die die ganze Zeit hier hocken und kämpfen wollen mit den Iggen. Dann gehe ich, ähm, dorthin, oder? So, außerdem wurde, ähm, ja, da ist noch einer. Und Anira ist auch hier. Ah, Süden sind überall die Strängen herum, weil die zu wenig sind, um Südis anzugreifen. Okay, ein bisschen außerhalb herum, dass die uns nicht sehen. Ja, eben, die sind momentan so verfressen nach Warmaster-Könst, dass sie wahrscheinlich immer Inva machen. Und deshalb wenig wahrscheinlich im Reich leveln. Also, außerhalb des Reiches, Mauer, Tor, Relief, was drin. Sollen wir doch verteidigen? Nein, jetzt gehe ich nicht mehr zurück. Weil wir haben sowieso null Chance. Und ich bin ja einer, der eigentlich immer, oh, das ist Camp. Stimmt. Nein, nicht töten. Ach, Mann, oh. Der hat mich doch gesehen. Okay, jetzt weiß ich ja, was ich mache. So. Okay, jetzt gibt's Reichsmauer nicht. Weil ich nicht von einem Spiel angegriffen wurde. Ah, 8.000 Schaden. Geht's noch. Yay, Level Up, Magie. Rune ist Level Up. Was, Level Up 2 oder was? Ja, die Eisen sind halt immer on, wenn niemand anders on ist. Damit sie eine Chance haben. Sonst haben sie ja null Chance. Ja. Sogar gegen die Ecken würden sie versauen. Gegen zwei oder drei Ecken, die momentan noch motiviert sind, mitzuspielen. Nein, nein. Schon ein bisschen mehr. Was, nur 1 Minute. Wir könnten uns irgendwo verstecken und trotzdem die Warmmaske können es dann holen. Was bringt's so wenig? Und wieso ist das Camp eigentlich in der Mitte? Genau dort, wo ich durchgehen will. Auch okay. Wir bekommen, glaube ich, sowieso keine Warmmaske können es. Weil ich kann gar nichts aussichten. Soll ich dort jetzt sterben lassen? Soll ich mich umbringen? Ich werde mich sowieso finden. Dann gehen wir doch ins Eisenreich. Ich habe irgendwie genug von diesem Unnützen verteidigen, das gar nichts bringt, weil man es sowieso nie verteidigen kann. Dann warte ich lieber auf andere Spieler, bis wieder mehr Spieler, wenn ich nicht Bock habe, durch einen Patch oder so. Ja, außerdem bin ich meine Robbe weg jetzt, der es reserviert hat. Der hat es angenommen gestern. Und ähm... Wir haben noch zusammen den legendären Ork besiegt. Aber ähm... Nichts bekommen. Drei Rubine, glaube ich. Der Emanuel, der Healer hat... Ding, ah, ich kill dich, ist wieder hier. So. So, doch nur leveln. Ah, Mann, dieser Killer. Aber eben, er verschob mich immerhin. Er weiß es. Wahrscheinlich, dass ich ein YouTuber bin und... Naja. Es mir nichts ausmacht, dann habe ich ja überhaupt ihn noch ausgeklatscht und so. Also alle Emotions mal abgespielt. Er ist nett, auch wenn er einen bösen Namen hat. Oh, der beste Name. Forever. So, ähm... Ja. Bisschen müde bin ich heute am Morgen noch. Aber das bin ich eigentlich jeden Tag am Morgen. Dafür wache ich eigentlich immer um halb acht auf. Es war noch eine anderthalb Stunden lang. Nein, bin einfach am Tisch und... Gehe langsam in die Phase auf... Über, wo ich so, ähm... Mehr oder weniger wach bin. Dann gehe ich hoch. Dann, ähm... Schalte ich Pilze an. Surfe noch ein bisschen. Und danach, ähm... Spiele ich Regnum und, ähm... Spiele ich Regnum und, ähm... Die Leute sind langsam weg. Richtig sozial. Ja, die wissen ganz genau. Ah, man sollte die angreifen und die kann man in Ruhe lassen, weil sie sowieso eigentlich nicht viel Böses machen. Und das finde ich noch nicht. Das war mal, ähm... Das war mal, ähm... Ja, ja... Ja, ja... Oder halt dritten Tag. So, ähm... Das war mal, ähm... Reitgeräusche. Friedhofs... Friedhofswald. Das war mal, ähm... Aber es gibt so wenig hier. So, ähm... Das war mal, ähm... Es passiert so wenig... Wahrscheinlich haben die Leute auch keinen Bock mehr bei Ignis, weil Syrten und Eisen immer so viel angreifen. Die könnten ja ein bisschen weniger, also mit weniger Leute auf einmal angreifen, aber die meinen, sie seien irgendwie gut, wenn sie mit 20 Leuten gegen 1, 2, 3 Igen kämpfen. Und, ähm... Ja... Das ist nun mal so. Die Leute, äh, wollen halt alle zusammen dabei sein und, ähm... Deshalb sind die Igen wahrscheinlich auch so demotiviert. Keine Ahnung, also... Ist klar, es macht... Rechnung macht halt für ihn keinen Spaß mehr, aber... Ähm... Einfach die Igen in den Stich lassen, das geht mal gar nicht. Haha. Nein, nein. Die Ignisse ist schon immer eigentlich das Opferlang gewesen. Einfach Mai, Juni waren ein bisschen mehr Ignun. Deshalb hatten wir da recht gute Chancen. Und das ist leider jetzt wieder vorbei. Plötzlich alle wieder weg. Nun gut, können wir hinnehmen. Sind wir halt wieder das Opferreich. Und, ähm... Eben, darum kann ich eigentlich viel zeigen. Ich kann nicht alleine irgendwie Forz verteidigen, oder... So, ich will auch nicht die ganze Zeit sterben, weil sterben ist etwas langweilig. Ist ein bisschen demotivierend. Ist ein bisschen unehrenhaft. Und so weiter. Deshalb, ähm... Ach, Leute, ey, Zombies. Gott, oh Gott. Und durch die Mauer. Durch die Mauer müsste, Mauer müsste, Mauer müsste. Oh, One-Hit-Kill. Nein, man kann nicht reben. Hm. Ah, Geister-Ewigkeit-Gelb. Also, hier bringt's nichts zu leben. Aber mal ausgetestet. Weil die Zombies natürlich immer wieder kommen. Beziehungsweise nicht sterben. Und deshalb auch immer wieder aufwachen. Naja. Dann gehen wir wirklich... Hm, nein. Wir gehen zu den Magma-Golems. Wir lassen uns hier irgendwo sterben. Ja, töten. Und, ähm, gehen zu den Magma-Golems. So. Tschüss. Bin ich jetzt wegen dem... Ja, wegen dem Sturz. Nicht ertrunken. Ertrunken geht ja einige Sekunden. Die Spieler-Charakter. Also, die Helden haben so eine große Lunge, dass sie nach 5 Sekunden voll ersaufen. 5 Sekunden und was? Und der Mann ist ja soffen. Aber so ein richtiges Soffen. Ah. Ja, 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 ja. Ja, für die Leute, die, ähm, auch andere Spiele mögen, und nicht nur die Rechnung Pass schauen, die, ähm, bekommen ja den Sky im Let's Play, das jetzt heute startet, Diablo 3 Let's Play, das im 28. startet, und, ähm, medieval 2 Total War Conquered the World, was, ähm, am Mittwoch oder Donnerstag startet, am 20. ungefähr, ja. Und eben, Hexel geht weiter und alles mögliche. Aber bei Rechnung ist langsam so richtig die Luft draußen, aber ich kann nicht einfach aufhören. Und ich werde weitermachen, ich werde auf Level 60 leveln, ich werde, ähm, wieder Updates machen, und, ähm, also, seid bitte nicht böse, wenn nicht jeden Tag ein Paar kommt, aber das Let's Play geht natürlich weiter, egal, ob ich dann mit Level 60 immer noch nur, zwei oder drei, irgendein Kollege hier online sehe, ähm, egal, ob es richtig demotivierend ist, oder so, ich werde natürlich weitermachen, aber nicht mehr so oft. Ja, okay. Ab und zu oft, ab und zu wirklich nicht so oft. Und, ähm, ja, vielleicht ja Parts, wenn der Ding mitmacht, der Emanuel der Heiler, dann ja. Oh, ein Greifenschnabelsperr, für Level 48, hm, schwach. Toll. Ja, jetzt, was ist denn das für eine Animation gewesen? Also, ich bin jetzt gerade ein bisschen motiviert, gleich, als ich eigentlich den Part angefangen habe, habe ich so ein bisschen gemerkt, oh, ich kann ja gar nichts zeigen, weil, momentan nicht viel los ist. Ich möchte es ja gerne. Und dafür brauche ich einfach Leute, die bei Ignis sind, und es auch zeigen, dass sie bei Ignis sind, indem sie aktiv sind. Ah, wie die standen. Ja, okay, dann können wir gleich mal wieder ausruhen, oder vielleicht noch einen Steingolem töten. ein Sandgolem. Aber hier sind gerade keine. Ah, da, Wüstenfelsgolem heissen die, okay. Die Steingolems, die auch orange sind, und da im Westen von der Igniszone sind, die sind leicht, obwohl sie auch orange sind. aber, ähm, bei denen bringt es überhaupt nichts, weil sie zu weit auseinander sind, und deshalb nicht so gut zum Leveln sind. Hm. So. Ah, ausruhen, ein bisschen strecken, ah. Irgendwann sind wieder plötzlich so viele Ignis on, dass es wieder Spaß macht, vor kurzer Zeit, und dann sind die alle wieder weg, weil es ihnen nicht mehr Spaß macht. Ah, da muss ich einfach jeden Tag online sein, leveln, und dann merke ich schon ein fehliger Irgend-Unsinn, natürlich. Ja, ja, und wieder uns immer so machen. So. Bye, Tollabend. Aber es geht immerhin vorwärts mit dem Leveln. Und das macht ja eigentlich auch Motivation. Ähm. Was wollte ich noch kurz sagen? Ja, wenn ich Level 60 bin, bin ich trotzdem noch schlechter als die anderen Level 60. Das ist natürlich klar, weil ich keine Items habe und wenn keine , ähm, in was, äh, Ding ist, ähm, Reiz mit dem Drachen und so, kann ich auch nicht so schnell an gute Items kommen. Und wenn niemand aktiv ist, könnte ich nicht mal mit, äh, mit Handeln oder mit Tauschen, äh, gut Items bekommen. Und deshalb muss ich dann schauen, wie es so ist, wie man Items eigentlich findet bei den Gegnern. Wahrscheinlich sehr, sehr schlecht, also wie jetzt. Also ist es eigentlich das Spiel langsam vorüber für einen, der halt nicht handelt, nicht aktiv Mitspieler hat und keine Motivation hat. Das ist ein bisschen schade, also bringt mich eigentlich Rechnung dazu aufzuhören. Ohne wenn und aber. Aber das will ich nicht. Mann, aah, ist das Dreck um so Scheiß. Ah. Mal gucken, was die Entwickler überhaupt machen. Sie versprechen viel, aber tun es nicht ausführen. Das sind ja viel zu langsam, wie Schnecken. Wie kleine Schnecken. Wahrscheinlich trinken sie den ganzen Tag Kaffee. und tun Däumchen drehen. Vielleicht ein bisschen Sex-Videos anschauen. Und sonst kommt gar nichts wahrscheinlich. Komm, nicht sterben. Nein, nicht anrufen. Nein, nicht Wecker. Mann, diese Erinnerungen die ganze Zeit. Komm, jetzt triff endlich wieder. Ah, endlich. Trotzdem noch geschafft. Bin ich abgelenkt, muss ich mich ums Leben fürchten. Geht doch dran nicht. Es ist sowas von Däumchen. Ah, demorierend. So, Scheiß-Handy. Geh weg. Ja, also sie haben immer versprochen, dass sie das spätere Leveln bisschen kürzer machen. Wahrscheinlich um ein Prozent. Oder so. Aber, das wird momentan auf Amnon getestet und scheinbar kommen die einfach nicht vorwärts. Ich könnte wirklich mal Amnon zeigen, aber ich glaube, ich habe die Charakter, also die Charakter werden ja nicht übertragen. Also die, da muss ich wieder von Null anfangen. vielleicht bekommt man dort mehr Erfahrung über oder so, aber ich glaube, dort ist es wahrscheinlich recht voll oder einfach ein bisschen ja, dass man nicht leveln kann außerhalb der Mauer. Das könnte ich noch machen. Für die kann man halt den Regnum nicht mehr machen, das ist das Problem. Es ist ein großes Problem. Und es wird immer ein großes Problem sein, wenn die entwickeln, nicht mal vorwärts machen. Die wollen doch ein super Spiel machen, können es aber nicht, weil sie nie entwickeln. Weil sie einer der schönsten Jobs der Welt haben, einfach die ganze Zeit der Worte. Die werden unter dem Sessel hocken und Kaffee trinken, Red Bull trinken, Kai Birinia trinken, egal was trinken. und ja wie alt ist jetzt der Regnum? Acht Jahre, achteinhalb Jahre ungefähr. Also, was ist in der Regnum schon passiert? Ein bisschen ich glaube die Warmaster Cains wurden eingeführt, ein paar Bugfixes wurden gemacht, ein paar Balancing Änderungen wurden gemacht und das war's. Also haben die Entwickler eigentlich in diesen acht Jahren genau Null entwickelt. Und da sieht man, ähm, ja, es passiert nicht viel Bänden entwickeln. Und, äh, was machen die sonst? Wenn die doch einen Shop haben, als Game Designer, als Game Producer, als Texturierer, oder wie die heißen, dann, äh, sollten sie doch irgendwas machen, oder? Hätten sie das gemacht, aber haben nichts gemacht. Blizzard würde innerhalb von, ähm, zehn Tagen zehn Patch rausbringen, bei einem solchen Spiel, aber die haben ja weiter Vorkräfte, wo es sehr viel Zeit kostet, weil es ganz groß ist. Da kann ich es noch verstehen, aber hier kann ich es irgendwie nicht so verstehen, dass die Entwickler nichts machen. Ja, okay. Ich habe es auch gesehen. Ja, ja, nicht sterben. Heute habe ich schon einmal, nein, zweimal bin ich ja gestorben. So. Okay, jetzt ist fertig. beende ich den Part. Im nächsten Part, der hoffentlich noch morgen kommt, sonst halt übermorgen, schauen wir ja weiter, was wir machen könnten. Bissin trollen wieder, oder sonst irgendwas, aber eben die Motivation ist halt jetzt gerade gegen Null. Eben dieser Emanuel hat mir noch ein bisschen Motivation gegeben, aber das war es eigentlich. Die Eken enttäuschen mich halt. Kann man nicht machen, wenn sie nicht motiviert sind. Könnte besser sein. Ja, vielleicht ist es morgen auch wieder ganz anders. Morgen könnte ich wieder ein bisschen motivierter sein, aber heute bin ich ein bisschen doch schon mitgenommen, ein bisschen demotiviert. Ja, wie sieht es in Samal aus? Samal ist doch Syrten jetzt, oder? Ja, zwei Syrten, ne? Ja, vielleicht am Abend, mal gucken. Ich war gestern recht müde am Abend, deshalb habe ich da nicht aufgenommen. Mal gucken, wann am meisten los ist. Ich werde immer wieder reingehen und gucken, ob das los ist, und wenn das los ist, nehme ich auf. Wenn nichts los ist, werde ich vielleicht ein bisschen leveln und dann wieder aufgehen. Später. Okay. Ja, Also, dann schönen Tag noch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.